And go to Switzerland! Unbeschreibliches Gefühl. So lange gewartet, mehr als zwei Stunden am Warten und endlich mal ein Beruf gekommen ist in Switzerland. Auf dem Weg hierher unterstützt hat mich sicher die Familie, der Verband auch, hat auch grosse Unterstützung geleistet, eine Freundin und mein Experte natürlich, der Short Trotti. Dass es so gut gegangen ist und natürlich auch noch Goldmedaille, das ist natürlich schon der grösste Stolz.